Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Bad von Raft. So, jo, wir sind gerade dabei die Insel zu blündern. Oben drüber sind wir jetzt fast fertig. Da fehlt nicht mehr viel und dann geht es natürlich unten drunten weiter. Und dann sind wir hier schon wieder fertig. Leider Gottes, muss ich gestehen, gibt es hier scheinbar keinen Dreck, was mich unglaublich traurig macht, wirklich. Ich hatte so gehofft, bei so einer großen Insel mal ein gesundes Portionchen Dreck zu finden, aber nö. Schaut nicht aus. Vielleicht muss ich auch die Schaufel mitnehmen. Oh, was habe ich denn da gemacht? Vielleicht muss ich auch die Schaufel mitnehmen, dass hier quasi etwas zu unseren Gunsten hier entsteht. Ich fress mal die ganze Kokosnuss weg, ist mir wurscht. So. Na nö, was bist du? Bucky. Ähm, ich hab keine Ahnung. Ich werde jetzt mal die Schaufel einpacken und mal schauen, ob nur dann Dreck spawnt, wenn wir die Schaufel im Rucksack haben oder was. Keine Ahnung. Das ist mir ein bisschen ein Rätsel. Aber was soll man machen? Es ist halt so. So schön, die Blümen. Blümen. Die Blümen. Verstehst du? Die blühenden Blümen. Alter. Ja. Also schön, die Blümen. Ähm. Hier verstauen. Die Blümen. Ich würde sagen, den Balken nehmen wir mal kurz mit. Das möchte ich gerne besser sortieren. Nach Möglichkeit. Ah, Nägel haben da gar nicht mehr Platz. Machen wir es kurz mal so. Ungefähr. Und die Semlinge kommen darin. So. 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 Passt. Das heißt, wir müssen wieder fischen. Wir brauchen ganz dringende Rüben auch. Stimmt, da habt ihr recht. Die müssen noch ein bisschen wachsen. Aber wir brauchen ganz dringend Köder. Für dich, du Kackfisch. Für dich, du Kackfisch. Jawohl. So. Hätten wir das auch geklärt. Also. Backen wir die Angel aus. An einem schönen guten Morgen. Lala. So. Ja. Durch diese komischen Flügel hier schaut unser Schiff leicht deformiert aus. Aber ich habe sowieso vor, noch ein Stockwerk drüber zu bauen. Also, schön dann halt, ne. Wie gesagt, hier unten möchte ich dann schon langsam mal beginnen, ähm, den Stall zu bauen. Also, hier unten wird, ähm, ja, ich bin am überlegen. Jawohl, die Bäume dürften normal nichts ausmachen, ne. Opa, was war denn das? Die Bäume dürften normal nichts ausmachen, wenn sie unten bleiben. Wenn ich sie dann hier hin platziere, dürfte sogar recht schön ausschauen, glaube ich, so ums Eck herum, ne. Wäre, glaube ich, ganz schön. Aber wie gesagt, zuerst muss ich das hier mal sichern. Und dann kann ich, äh, wie hier einen Plan draus machen, ne. Mhm. Ah, es wird dunkel, das passt genau. Dann können wir noch fischen die ganze Nacht über, während ich hier herumgrüble. So, Makreli. Oh, die Angle ist hin. Gott sei Dank. War ja höchste Zeit. Stabiler und etwas professioneller. Jetzt ist die Frage, ob wir mit der Metallangel auch unsere bevorzugten Fischleins hier ernten können, also fangen können, ernten, ja. fischen können, Alter. So. Einmal, zweimal. Herstellen, herstellen. Passt. Den ersten Köder haben wir schon. Den werden wir gleich mal hier hin tun. Ah ja, bevor ich überhaupt auf Tauchstation gehen kann, wäre es Zeit, mal neue Flößchen zu basteln, ne. Dafür brauche ich noch ein Seil. Das ist überhaupt kein Problem. Da haben wir hier genügend. So, ich mache mal gleich ein paar mehr. So, also Flößchen und hier die Sauerstoffflasche. Genau. Das brauchen wir noch Klipper. Genau. Das passt mir ganz gut, weil Planken platzieren einmal. Okay. weil wir haben jetzt eigentlich eh nichts Besseres mehr zu tun. Jetzt können wir endlich wieder den Seetang hier schmelzen. Dann haben wir genügend Klipper. Kunststoff haben wir eh hier drin. So, schön stecken. Dann passt es auch schon. Schmelzi, schmelz. So, dann kann ich auch noch die beiden hier schmelzen lassen und dann passt es schon. So, inzwischen könnte ich weiter fischen. Achso, geht ja nicht. Obwohl, warte, langsam. Alles der Reihe nach. So, also ich will die Angle hier haben. Das heißt, ich brauche noch ein bisschen mehr Seil. Halt, falsches Fach. Hier. Da kann ich sowieso alles mal zu Seil machen hier. Oder alles, also eine schöne Portion. Den Bolzen haben wir hier drin. Da brauche ich mir jetzt keinen bauen. Und den Schrott haben wir da drin. Da brauche ich drei Stück. Wurscht, müsste es so gehen. Genau, jetzt haben wir die Metallangel. Genau. Das nehmen wir auch gleich mal mit. Für hier. So. Habe ich hier noch Platz? Na, bin voll wie ein gröses Baum. Trockenziegel. Ich habe auch keine Ahnung, wofür ich noch Trockenziegel aber brauche. Wurscht. So, der Klipper müsste fertig sein. Jawohl. So, schön die Blanken platzieren. Passt. Und die nächste Sauerstoffflasche bauen. So. Passt. Jetzt sind wir mal wunderbar geschützt. So, die Flösschen. So. Das passt hervorragend, würde ich sagen. Die Angel haben wir auch gebaut. Die kommt hier hin. Genau. Dann brauchen wir noch einen neuen Haken. Da fehlt mir aber der Schrott. Das heißt, ich muss mir die billige Variante bauen. Fürs Erste. Ist aber nicht schlimm. So. Passt. Jetzt sind wir wieder einigermaßen ausgerüstet und ich muss jetzt noch ein bisschen fischen. So. Platsch. Buntbarsch. Buntbarsch. Leck mich am Arsch. Es ist ein Buntbarsch. So. Dann müssen wir noch essen und trinken. Boah, dieser Hai. Hai. Komm, Fisch. Ach, ich hasse dich, Hai Fisch. Echt. Ich hasse dich. Fisch. Da ist das ein Bild geschützt. Geschützt in Anführungszeichen. So. Äh, Fischi. Wir haben. Habe ich jetzt genug schon wieder? Ja. Der Zweite ist fertig. Jetzt wäre noch ein Dritter, glaube ich. Gut. Boah. Ich glaube schon, ne? Ein Dritter noch zu bauen. Dann fischen wir noch mal eine Runde, weil es ist eh finster. Ja. Dann noch die Rüben hier ernten. Das geht nebenbei. Cool. Äh, äh. Ich mag das Fischen hier. Mit einer Hand, also wir sind produktiv. Du kannst das sagen, was du willst. Mit einer Hand wird geerntet, mit der anderen Hand wird gefischt. Das ist hervorragend. So. Ein Lachs haben wir gefangen. Holla, die Waldfee. Ich brauche, ja. Die da. Die Rübe. Ich brauche Rübe, Rübe. So. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Ein guter Schluck. Jo. Hm. Kartoffel. Ach, wurscht. Machen wir alles rüber hier. Mehr ist genug rüber dann. So. Prosti, Prost. So. So, und hier noch mal. Für uns noch schnell. Saufi, sauf. Passt. Und rein damit. So muss das sein. So, Fischi. Da haben wir noch nicht genug. Bald ist es hell. Und dann können wir bei der Insel wieder tauchen. Tauchen. So. Makrele. Falscher Fisch. Puh. So, kann ich die eigentlich auch? Ich kann die auch wegreißen. Cool. So. Weil die ist eh schon wieder. Halt. Noch eine Makrele. Weil ich bin voll. Wie kann das sein? Äh, ich mache noch ein Seil. Dann haben wir Platz. Den Nagel nehme ich mit. Kunststoffbrau hindert. Ja. Ist besser so. So, dann kann ich hier mal reinhauen. Die beiden, die sind ja eh schon fertig. Fischi, Fisch. Was haben wir hier? Buntbarsch, Makrele. Hering. Makrele. So. Buntbarsch. Jo, derweil einmal. Ne? Das heißt, entweder noch ein Hering oder eine Seeprasse. Und dann haben wir drei. Und dann warten wir nur noch, bis es hell wird. Und dann gehen wir wieder schwimmen. Ja. Komm, komm. Seeprasse. Yes. Nice. Jetzt können wir aber noch... Nein, ich soll es nicht übertreiben. I'm hungry. Wie geht denn so was? Halt, das wollte ich nicht wegschmeißen. Komm her. I'm hungry. Ähm. Wie viel Ton brauche ich jetzt für eine Schüssel? Zwei. Passt genau. Passt. Das wollte ich haben. Ich habe Rübe. Ich gehe mir jetzt noch Kartoffeln holen. Die müssten hier drinnen sein. Ne, zur Macher. Ich will meine Erdtäpfel haben. So. Äh. Und ich glaube, eine Kokosnuss nehme ich mal mit für den schlimmsten Hunger. damit ich wieder schneller laufen kann. Da, 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 da. No. So. Das ist echt doof, dass ich das nicht kochen kann. Naja, was soll's. So, also. Rübe, Rübe. Und Kartoffel, Kartoffel. Und Kocher. So, und hier habe ich jetzt kein Fisch mit. Ja. Das war pure Absicht. Klub. Da wollte ich nämlich den Lachs braten. Der ist jetzt da unten. Das trifft sich gut. Der Hai ist da. Wo ist er? Hä? Alter. Da brauche ich ewig. Der macht meinen Floß hin. Ja. Ist schon zu spät. Da habe ich jetzt zu lange gebraucht. Scheiße. Scheiße. So, okay. Das sagt man nicht. Ach ja, stimmt. Mist. Verdammter. So. Gut. Dann. Den Klipperdreck hau ich wieder da rein. Derweil. Oben tut's köcheln. Äh. Einen Fisch wollte ich holen. Genau. Fischi. Äh. Den Lachs. Nicht allen. Nur ein Stück. Ja. Wo habe ich den anderen Lachs jetzt hingeschmissen? Da. Also einen anderen Fisch. Da, ne? Meine Güte. Ich muss das noch schnell umkrempeln. So. So. Der gehört nämlich nicht hier hin. Der gehört da hin. Ich meine, eigentlich gehört es oben hin, aber. Ja. Organisation Finn Hugo. So. Aha. Da sind wir auch schon fertig. Gut. Dann schnell mal Kochikoch. So. Planken sind genug. Passt. Eine Schüssel. Mahlzeit. Und wieder Nachschub kochen. Und so. Passt. Und schwupp. Gut. So. Das zu dem. Äh. Jetzt muss ich mich von diesen Sachen hier befreien. Und muss tauchen gehen. Genau. Das heißt. Schwupp. Wir. Ich. Ähm. Hau mal die Sachen weg. Ich würde sagen. So mal. Essen kommt zu essen. Nur derweil. So. Die beiden muss ich noch loswerden. Hat hier noch was Platz. Ja. Schüssel und Seil. Und die tun wir weg. Und die tun wir derweil auch weg. Die brauche ich nicht unbedingt. So. Ja. Ich glaube das kann man so lassen. Ähm. Süßwasser habe ich keins. Schockschwere Not. Das geht einmal überhaupt nicht. So. Meine Flasche wollte ich noch bauen. Jetzt habe ich aber glaube ich zu wenig Klipper momentan. Weil ich mich ja. Weil ich ja meine. Meine Badeutensilien. Ähm. Neu gemacht habe. So. Und. Ähm. Jetzt der da. So dass ich es auch hören kann. Nach Möglichkeit. Also schmeiße ich den hier rein. So. Dann den Speer. Ich möchte noch verbrauchen. Wegen Platz und so. Und dann können wir schon wieder tauchen gehen. Alter Schwede. Es geht vorwärts. Aber immer noch kein Dreck. Ich bin. Ich bin schockiert. Ich bin echt schockiert. Hi Fisch. Kuckuck. Da kommt er schon. Da kommt er ja schon. Zielstrebig. Und. Mom. Ha ha. Erwischt. Wir können noch einmal. Dann versuchen wir es gleich. Zack. Einmal geht es noch. Wow. Können wir gleich nochmal. Oder? Wo ist er hin? Mal kurz warten. Und nicht dass dieses Mistvieh dann hinter mir auftaucht. und mich dann doch frisst. Hallo. Äh. Da hinten. Gut. Ich gehe ins Wasser. Und da kommt er schon. So. Warten. 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 Und. Zack. Jawohl. Gleich wäre er hin. Glaube ich. Verwundet ist er schon anständig. Da ist er nochmal. Komm nur. Zack. So langsam haben wir es im Griff, ne? Können wir ihn tatsächlich noch besiegen vielleicht? Zack. Hopf. Raus aus dem Wasser. Ja wo ist er denn? Der doofe Haifisch. Ich sehe ihn gerade überhaupt nicht. Da drüben. Er hat es auf den Haifischköder abgesehen. Aber wir sind im Wasser. Jawohl. Haben wir ihn schon wieder. Zack. Was ich mit den Haifischköpfen machen soll, weiß ich selber noch nicht so genau. Wir haben Platz. Das ist schön. Gut. Das heißt, den Haken. Platz. Äh. Ich bin glaube ich ein Trottel gerade. Ich sollte eher nach Medaillen jetzt suchen. Wo wir Zeit haben. Wäre glaube ich besser. Weil die Sachen, die oben sind, kann ich ja quasi immer noch holen. So. Jetzt dauert das halt alles ein bisschen länger, weil wir die billigere Variante haben von dem Haken hier. Da haben wir noch was. Jetzt nehme ich noch fix mit. So. Und einmal Sauerstoff holen. Also Luft. So. Schön. Und gleich wieder tauchen gehen. La 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 la. La la la. So. Schön klubschen. Hier haben wir was. So. Immer her damit. Aber das mit dem Schmutz ist echt scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen. Entschuldigung, die Wortwahl. Aber es ärgert mich schon. So, da unten haben wir was. So. Was war denn das jetzt gerade? So, Luft holen. Da hätten wir dann schon wieder Nachschub. Hat unten etwas abgesoffen. So. Platsch. Und runter. So. Da haben wir schön die Erze. Jetzt wird der Hai gleich kommen wieder. Weil wir haben ja leider nur Kurzpause vor dem Viech. So. Hier. Rezept Gemüsesuppe. Ja, das haben wir alles schon. Das brauchen wir eigentlich nicht. Oh, Wasser. Äh, Wasser, ja. Luft zuerst. Und dann wird der, wird das Monstrum gleich kommen wieder. Wird mich zwar einmal schnappen. Fürchte ich. Aber so ist das Leben. So. Wichtig ist, dass wir nicht sterben. Das ist ganz wichtig. Na, was ist denn? Nimm das jetzt. Kerl. So. Luft nochmal. Schnell, schnell, schnell. Wir haben keine Zeit. So. Nochmal tauchen. Da unten ist noch was. Metall, Metall. Brauche ich sehr viel. Kann man nie genug davon haben. So. Da ist nichts mehr. Hier haben wir noch was. Hier haben wir noch was. Oh, Luft. Immer diese Luft, ne? Ich glaube, da ist was eingegangen. Ja. So. Ist schon besser. Wow. Ich habe gewusst, der schnetzelt mich mal weg. Saufig. Passt. Wir können runter. So. Jetzt muss ich nochmal die Stelle finden. Da drüben ist sie. So. Der Hai ist beschäftigt mit unserem Haiköter. Das passt genau. So. Durstig bin ich dann auch schon wieder. Super. Da ist noch was. So. Den nehmen wir auch mit. So. Dann klubschen, klubschen. Klubschen, klubschen, klubschen. Haben wir es schon. Haben wir es schon. Haben wir es schon. Ich glaube. Ich glaube, wir haben es. Dann kann ich hier schon mal den Seetang mitnehmen. Luft holen natürlich. Ganz schnell. Passt. Haben wir uns noch retten können. So. Passt. Jetzt können wir die kleinen Sachen holen. Wie zum Beispiel Seetang und so weiter. Von denen brauchen wir eh noch Haufenweise. Dann Schrottischrott. Den können wir ja schon mal mitnehmen. Alles was wir so finden. Steine. Sand. So. Noch mehr Stein. Noch mehr Sand. Wobei Steine. Haben wir echt schon genug Ton von mir aus noch. Aber Steine. Sand. Sand von mir aus noch. Jetzt muss ich wieder auftauchen. Zum Floß hin. Horuck. Und den Haifisch wieder beschäftigen. So. Jetzt wird es eh wieder dunkel. So. So. Für die Flasche brauche ich jetzt Klipper. Ja. Dann werden wir das gleich schmelzen. So. Zack. Zack. So. Haben wir da schon geerntet? Da habe ich noch nicht. Au. Ja. Ich bin zu spät. Ja, ja. Ich trinke schon mal. Ich habe schon gesehen, das Mistvieh, das muss weg. So. Wir werden uns ein bisschen stärken jetzt. So. wieder frisches Süßwasser produzieren. So. Intervall ein bisschen abwehren. Bis der nächste Morgen ist. Und dann kann er eh wieder hier Randale machen. zwei, drei, vier, fünf. So. Mhm. Dann würde ich sagen, essen. Äh, warte. Apropos essen. Vorher noch zwei von denen. Zwei von denen. Die haben wir gleich Neues machen können. Das Rezept schmeiße ich jetzt auch da rein. Ich meine, ich kann es wegschmeißen eigentlich, weil das haben wir eh. Ja, von dem habe ich schon wieder so viel. Alter. Ich nehme mal trotzdem eins mit. Oder kaum konnte man drei braten. Ich bin mir jetzt unschlüssig. Ich nehme mal drei mit. Den Kopf, der kommt wieder in unsere Trophäentruhe. Die war hier. Ja. Da werden wir bald 20 Köpfe haben, habe ich das Gefühl. So, rauf, rauf, rauf. Habe ich Tonschüssel eigentlich jetzt vergessen, ne? Meine Güte. Du bist nervig. Richtig nervig. Ich habe meine Tonschüssel vergessen, woher ich die jetzt schon hingetan habe. Da. So, Tonschüssel. Jetzt habe ich alles, glaube ich. Fürs Erste. So, rauf in die Küche. So, da, 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 da. So, puh. Schöne Arbeit, ne? Mittlerweile. So. Und Mampfi, Mampfi. So. Dann die Rüben. Und die Kartoffeln. Und rein damit. Dann der Lachs. Oh, man kann es dreimal. Gott, Bas. Platz sparend. Platz sparend. So. Nom, nom, nom. Nom, nom, nom. Nom, nom, nom. Passt. So, jetzt sind wir ein bisschen gestärkt. Und dann würde ich sagen, ich kann mir jetzt eine bessere Hake basteln normalerweise. Planken muss ich noch holen und polzen. Dieser Hei. Alter, ich stecke fest. Geh weg, du blöder Kredi. Du machst mir später meinen Köder kaputt, das sage ich dir. Mistviech. So. Klipper, klipper. Dann noch schnell schauen wegen Planken. Habe ich hier noch welche drin? Ja, aber das wird nicht reichen. Das wird ja nicht reichen. Nee, nee. Der Haken wäre halt schon cool. Den zu haben. Seile baue ich gleich mal ein paar. Was haben wir hier noch drinnen? Ein Bolzen. Ich glaube, ich muss ein Bäumchen schlachten. Da ist er. Meine Axt ist auch gleich kaputt. So, kein Sämling. Alter. Das gehört sich aber mal überhaupt nicht, ne? Dann machen wir die Schrotthacke. Und wie schaut es mit der Axt aus? Was brauche ich dafür? Seil, Schrott, Bolzen, Blanken. Ja, die können wir ja unterwegs mal basteln. Das wäre jetzt eh nicht so tragisch. Aber der Hai ist tragisch. Absolut tragisch. Ich mache dich platt. Wo ist er denn hin? Da ist er. So. Den machen wir jetzt platt. Wo ist er denn hin? Ich weiß es nicht. Ich gehe mal nach oben. Bis ich ihn sehe. Der Hai ist halt schon was lästiges. Muss man schon mal anmerken. Der ist echt was lästiges. Vor allem jetzt, wo er so finster ist, sieht man den Mistkerl nicht. Da hinten ist er. Zumindest war er das. Ich gehe lieber wieder rauf. Nicht, dass ich der von hinten noch anschleichen kann. Mann, ey. Da. Gleich haben wir ihn. Gleich, gleich. Und... Zack. Au. Hey. Jetzt war es da eben falsch. Echt? Verdammt. Der Haifischköde ist noch da, ne? Dann lass mir ihm den... Jetzt dann... Ich gehe mich nochmal kurz hin. ...dass schneller Tag wird. Und der Part ist auch zu Ende. Passt ja ganz gut. Na gut, ihr Lieben. Hä? Das war es dann wieder. Verdammt. Das war es dann wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ich war jetzt gerade verwirrt. Wünsche euch einen schönen Tag. Einen schönen Abend, nachdem ihr mal das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal, wenn wir die Insel weiterplündern. Also dann. Tschüssi.